Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Beim Trainingsauftakt am Donnerstag fehlten bei unseren Profis zwei Torhüter. Michael Langer plagt eine Erkrankung. Justin Hekerin war bei der U23 mit dabei, weil man sich dort auf das Spiel gegen die Kölner U23 vorbereitet hat. Denn das fand gestern statt. Schalke konnte 5 zu 0 gewinnen und damit konnte Justin Hekerin zum zweiten Mal in Folge die 0 halten. Deswegen ist auch eine Sache klar. Unser junger Torhüter macht aktuell eine sehr gute Figur bei der zweiten Mannschaft. Hat ein bisschen gebraucht, aber ist aktuell auf jeden Fall richtig gut drauf. Und deswegen wird die Torhüterfrage bei uns auf Schalke auch wieder eröffnet. Und zwar von unserem Trainer selber, Thomas Reis. Alexander Schwolo war ja bislang gesetzt, hat auch alle 15 Bundesligaspiele bestritten. Aber es gab ja auch immer wieder Diskussionen. Und die wird es nun wohl auch während der Winterpause geben, wer der beste Torhüter ist für die letzten 19 Ligaspiele. Ich schaue mir das an. Schwoli hat das letztlich wesentlich stabiler gemacht. Ich habe einen guten Eindruck. Aber wir wollen den Konkurrenzkampf schüren. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Fließspiel im Jahr 2023, sagte Thomas Reis im Mediengespräch. Und dann hat er auch eine durchaus interessante Aussage getätigt. Wer dann im Tor steht, werden wir sehen. Ralf Fährmann ist auch noch da. Wir haben zudem mit Justin Hekerin einen jungen Torwart, der viel Spielpraxis in der U23 gesammelt hat. Und damit bringt auf jeden Fall Thomas Reis auch nochmal auf den Punkt, dass man eben mit Schwolo, Fährmann und Hekerin drei Keeper hat. Denen er das auf jeden Fall mal zutraut, eben in diesem Konkurrenzkampf eine Rolle zu spielen. Es gibt eben nicht mehr die Garantie für Alexander Schwolo, dass er auf jeden Fall beginnen wird. Die gab es ja auch von Thomas Reis selber so gar nicht. Er hat aber halt auch weiterhin auf ihn gesetzt. Dass er hier dann eben auch Justin Hekerin erwähnt, ist ja durchaus interessant. Bei Frank Kramer war es ja meistens noch so, dass gesagt wurde, ja der ist für die Mittelfristigkeit, Langfristigkeit geholt worden, aber nicht fürs Hier und Jetzt. Bei Reis wird er auf jeden Fall im Konkurrenzkampf zumindest mal eine Rolle spielen. Und im Gegensatz zu anderen Trainern sagt Thomas Reis auch nicht, dass bei ihm alle Spieler nur nochmal von vorne beginnen. Bei mir fängt im Winter nie einer bei Null an. Das hört sich komisch an, aber ich habe ja in den vier Spielen Eindrücke gesammelt. Da ist es für mich logisch, dass der ein oder andere Spieler einen Tick vorne ist. Der ein oder andere Spieler fängt dann bei minus 10 an. Es ist deshalb aber nicht gesagt, dass dieser Spieler nicht im ersten Spiel aufläuft. Aber er muss sich, das ist halt so ein Bewusstsein. Wenn man einen Konkurrenten vor sich hat, muss ich mehr leisten, sagte Reis nochmal zum Thema Konkurrenzkampf auf Nachfrage der Batz. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.